Mit 100 Euro in nur 365 Tagen zum Millionär? Klingt verrückt, ist es auch. Doch ich will es herausfinden. Ich stelle mich der Herausforderung und will jedem beweisen, dass man ohne Kontakte und Geld nur mit Disziplin in einem Jahr zum Millionär werden kann. Mein Name ist René Huber. Ich bin 25 Jahre alt und habe mehrere Unternehmen mit aufgebaut und gegründet. Begleitet mich auf dieser spannenden Reise voller Erfolge, Rückschläge und schlafloser Nächte. Das Leben ist ein Spiel. Let's play. Was bisher geschah. Diese Blister hier haben wir bei UFC geholt. Leider nicht so viel. Ich bin froh, dass ich überhaupt was bekommen habe. Das ist so ein Tipp. Ihr braucht eigentlich dazu nur dieses Ding hier. Natürlich, wenn ihr eine Lagerliste habt, könnt ihr das so verknüpfen, dass das Ganze dort auch gleich eingetragen wird. Bei den Dingen so scheiße ist es. Die sind übelst schwer. Der drüben ist noch ein bisschen größer sogar. Und deswegen ist es einfach so, dass ich es nicht verschicken will. Und gebt ihr dann an, immer alles standardisiert, sodass ihr wirklich die eine Vorlage für alles nehmen könnt. So meine Freunde, ganz kurzes Update, bevor es dann wirklich mit diesem Video losgeht. Wir werden jetzt immer zwei Videos in der Woche machen, weil es für mich einfach viel einfacher ist, euch dann wirklich alles weiterzugeben. In den letzten Videos ist auch sehr, sehr viel verloren gegangen. Und da wurde immer wieder gefragt, hey René, wo hast du denn den Deal überhaupt her? Wo hast du diese zwei Spiele her? In Wirklichkeit habe ich die mal überhaupt geholt. Und du konntest halt nicht ins Video packen, weil ich da gerade nicht mitgeführt habe oder weil es uns viel zu lange geworden wäre. Und deswegen gibt es jetzt zweimal in der Woche ein Video von 100 zu Mio. Nämlich immer Dienstag, ganz normal, 18 Uhr. Und am Sonntag um 11 Uhr, Sonntag um 11 Uhr, kommt das zweite Video. Zweimal kürzer dafür, viel gerballter mit allem, was gerade so passiert ist. Dann kann ich euch immer wirklich die ganze Woche sozusagen weitergeben. Und muss nicht dann sagen, okay, ja, das habe ich da am Sonntag noch geholt. Konnte nicht mehr reinpacken, weil es für den Schnitt nicht mehr gepasst hat. Dann wisst ihr, was ich meine. Wie sieht das Ganze dann mit dem Titelbild aus? Wir machen das dann einfach so, Folge 28. Und am Sonntag kommt dann immer Folge 28-2. Dann habt ihr immer trotzdem immer die Wochen beieinander. Dann wisst ihr, kommt ihr nicht durcheinander. Aber es ist einfach besser, Freunde. Es hilft einfach nichts. Es ist für mich einfacher, für euch einfacher. Ich kann euch mehr weitergeben. Ich kann euch mehr Mehrwert weitergeben. Und das ist ja das Wichtigste. Sonst geht die Hälfte verloren. Das wäre eine Verschwendung. Und deswegen machen wir es jetzt so, wie gesagt, immer Dienstag 18 Uhr, Sonntag 11 Uhr. Ab heute sozusagen, wenn ihr das Video seht. Am Sonntag kommt dann das nächste Video direkt online für euch. Und ich wünsche euch jetzt sehr, sehr viel Spaß in diesem Video. Los geht's mit dem ersten Deal. Ab geht's. So, den ersten Deal dieser neuen Woche konnten wir in Steyrklar machen. Es bringt wirklich relativ viel, wenn man sich wirklich auch in der Umgebung, wenn man alles ausschreibt, dass man nach Waren, Rechnern, alles Möglichen sucht, dann bekommt man auch Deals. Das kann ich euch versprechen. Also wirklich unterschätzt die Macht nicht von Werbung in Zeitungen, Flyer. Da einfach eine ganze Ausschreibung zu machen, auch lokal, vielleicht über Spock oder Wilharden, wie ich euch das Ganze schon mal erklärt habe. Wir waren also, wie gesagt, in Steyr. Dort hatten wir auch unsere Fliesen für die RMK-Immobilie geholt. Und ich habe das Ganze dann kombiniert, um kein Benzin irgendwie zu verschwenden. Wir mussten so und so hin, von der RMK-Immobilie die Fliesen aussuchen, holen. Also die Muster zumindest. Wenn ihr da gerne mal ein Video dazu sehen wollt, wie wir das Ganze aufgebaut haben. Wir vermieten ja die Immobilie, was die gekostet hat, wo wir die gebaut haben. Wir haben noch mehrere Grundstücke auch gekauft. Schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare, dann gibt es mal ein richtig fettes Video. Deswegen, wir haben da kein Benzin gebraucht, haben dann dort noch einmal ein Acer bekommen. So kleine Mini-PCs mit einer Mi 3, 4GB, 3GB und zwar 50er HDD. Dann haben wir 78 HDDs noch bekommen. Ein Acer-PC mit einem Pentium, der ist eher schlechter. Und ja, insgesamt, wenn man sich das ungefähr in einem Verkaufspreis anschaut, dann hat man jetzt ca. 1.000er bekommen, was wirklich, wirklich gut ist. Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr seid gerade am Start, bekommt einmal so einen Deal, ein Tausender, Freunde. Wirklich, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und das ist wirklich sehr konservativ gerechnet. Das war der erste Deal, den wir diese Woche gemacht haben. Wie gesagt, weil wir die Videos jetzt wirklich viel, viel shorter machen, kann ich euch immer diese Deals zeigen. Und wie gesagt, erster Deal, 1.040 Euro, ungefähr ein Verkaufspreis. Wir werden das Ganze dann gleich einstellen. Und ich bin wirklich sehr zufrieden, Kabel und so weiter haben wir auch noch mitbekommen. Des Weiteren sind diese Woche die ersten Auktionen gestartet auf unserem Shop. Und wir haben auch schon richtig gute Gebote bekommen. Wir haben hier beispielsweise, ich gehe es mit euch ganz kurz durch, ein HPZ 210 Workstation mit Intelli 7 ist schon auf 101 Euro, 22 Beobachter, 17 Gebote, 200 Aufrufe. Dann haben wir ein Dragon Ball Z Game, was wir übrigens für 12 Euro bekommen haben. Den PC haben wir von FreeFast bekommen, also ich glaube im Schnitt 10 Euro haben wir dafür bezahlt, echt heftig. Aber für das Dragon Ball Z Game haben wir jetzt 15 Beobachter drauf, 105 Aufrufe und 7 Gebote. Dann haben wir Pokémon Y für Nintendo 3DS, 17 Beobachter, 45 Euro hier schon, haben wir auch für 12 bekommen. Pokémon Ultrasonne ist jetzt auf 23,70 mit 14 Beobachtern drauf. Dann Super Mario 3D Land hat 7 Beobachter und auf 7 Euro. Kingdom Hearts 13 Beobachter, 13 Euro. Und die PS3 ist bei 26,50 mit 16 Beobachter. Dann haben wir noch ein Lego Set, ein Mario Party Island und Castlevania für N64. Die sind noch nicht so hoch, wie gesagt, seht ihr jetzt eh alles. Und ich blende euch jetzt, oder ihr seht jetzt unten, weil wir jetzt im Laufe der nächsten Zeit viel, viel mehr Auktionen noch machen, seht ihr immer den Auktions-Counter unten, wie viel Euro wir jetzt schon fix haben in Auktionen. Das ist, glaube ich, auch eine spannende Geschichte. Also ihr seht, es geht schon los mit den Auktionen. Durch die Auktionen kamen auch relativ gute Sales. Das witzig ist, wir haben ja Spiele aktioniert, sehr, sehr viele. Und dann wurden auch Spiele gekauft. Und zu diesem Punkt kommen wir jetzt, was hatten wir für Sales diese Woche, beziehungsweise in ein paar Tagen. Ihr müsst sagen, wenn ich jetzt diese Woche sage, dann ist das immer nur die Hälfte der Woche, weil am Sonntag kommt die restliche Woche. Deswegen will ich es ja machen, weil sonst hatten wir immer die Probleme. Ich habe eben gesagt, die ganze Woche in Wirklichkeit habe ich das Video oder diesen Voice-Over einfach mittendrin abgedreht. Das ist halt echt schwierig gewesen. Was haben wir jetzt verkauft? Wir haben einen Funko Pop für 23 Euro verkauft, dann Pokémon Astral Glanz für 16,50 Euro in Blister, dann ein Bullshit Button für 8 Euro, dann haben wir ein Nintendo Switch, ein Game verkauft für 53 Euro. Das ist heftig. Dann haben wir noch ein Kingdom Hearts für 40 Euro und noch ein Nintendo Switch Game für 89,99 Euro. Wallachia Region of Dracula und dann noch ein Bullshit Button für 8 Euro. Freunde, das haben wir jetzt in den ersten Tagen diese Woche verkauft und die Auktion, also jetzt läuft schon. Wenn man das so zusammenzieht, ihr seht es ja, was schon relativ, relativ geil ist. Genau, Freunde, zusammengefasst, was sollte man jetzt machen bei den Auktionen? Die Startzeit natürlich, ihr wisst das, ich will es nochmal predigen, startet die Auktion so, dass die auch an Tagen auslaufen, wo die Leute zu Hause sind, nicht irgendwie Montagvormittag. Wenn ihr es unter der Woche auslaufen lassen, was ich nicht empfehlen würde, was man aber machen kann, dann am Abend, ansonsten am Wochenende, Freitag, Samstag oder Sonntag auslaufen lassen. Am besten ist Freitag oder Sonntag immer zu so einer Zeit, wo die meisten Leute zu Hause sind. Das Ganze kann man sich anschauen, indem man sich die Analytics und so weiter anschaut, wann die meisten Leute auf Ebay aktiv sind. Das ist eine relativ einfache Geschichte, will ich euch aber trotzdem empfehlen. Schaut bei der Auktion, dass ihr Produkte habt, die definitiv auch ansprechbar sind und die dann eventuell auch Leute noch auf eurem Shop locken, wenn ihr ähnliche Produkte habt, wie bei den Spielen, was ihr gerade eben gesehen habt. Das wollte ich euch hier ganz kurz noch mitgeben und jetzt geht es direkt weiter. Bis gleich. Dann etwas später haben wir nochmal einen Deal klar gemacht, wieder durch eine Ausschreibung. Dort geht es um Formel 1 2011, 12, 13 und 14. Dann für die PS4, 16er noch. 16 Spiele. Ich bezahle pro Spiel nur 2 Euro, muss mir das Ganze dann in Alkofen selbst abholen. Da werde ich ungefähr noch 10 Euro für den Benzin herabziehen, aber das ist ein super Deal. Wir zahlen für jedes Spiel 2 Euro, die sind im Top-Zustand. Einfach nur nice, also das passt super. Was ich euch auch noch schuldig bin, ist der Warenwert, den ich jetzt aktualisiere. Und genau, ihr seht, wir haben schon einen mittleren 5-stelligen Betrag an Ware. Hier in der Mitte haben wir, wie gesagt, die Auktionen. Und hier ist das Kapital, das wir jetzt zur Verfügung haben. Das steigert sich auch in der nächsten Zeit, weil heute werden noch einige Auktionen starten. Grundsätzlich habt ihr jetzt ein kleines Update bekommen in diesem ersten von zwei Videos, Freunde. Das zweite kommt dann am Sonntag, was wir alles gemacht haben. Wir haben jetzt über 1000 Artikel am Shop. Wir haben einen 5-stelligen Betrag an Waren hier, die sogar schon eingestellt sind. Und wir haben nochmal einen 5-stelligen Betrag, mindestens der noch auf uns wartet. Wie schaut das Ganze jetzt aus? Wir machen immer so weiter. Wir stellen Artikel ein, ich kaufe wieder Artikel an, ich auktioniere Artikel, ich verpacke. Und jetzt ist es auch schon so, dass der Support immer und immer mehr wird. Es sind Supportanfragen zu einer Auktion. Das muss ich auch alles noch machen. Aber der ganze Kreislauf geht jetzt dann wieder von vorne los. Auktionen, Cash hole, Artikel holen. Auktionen, Cash hole, Artikel holen, verpacken. So, der ganze Kreislauf wird immer und immer und immer wieder weitergehen. Und ihr seht, wir werden, oder wir machen jetzt schon richtig gutes Cash. Ich traue mich, wetten, dass wir diesen Monat Juni zwischen 5.000 und 10.000 einnehmen werden. Und jetzt sind wir dort, wo ich die ganze Zeit hin will. Nämlich jetzt kommt das Cash. Und zusammengefasst, da müsst ihr euch jetzt vorstellen. Es ist jetzt, wie viele Tage haben wir jetzt Vorbereitung gehabt? Wir sind jetzt nicht ganz bei der Halbzeit. Seit 170 Tage, fast ein halbes Jahr, nicht ganz ein halbes Jahr, hatten wir jetzt Vorbereitung. Habe ich Geld investiert, Zeit investiert, Schweiß investiert und habe noch, sicher habe ich schon gutes Geld rausbekommen, das aber wieder investiert. Und jetzt, schon langsam, kommt der Payday. Ihr seht es mit den Auktionen, ihr seht es mit den Sales. Jetzt haben wir am Tag wirklich 100, 200, 300 Euro, wo wir jetzt schon einnehmen. Und das ist halt einfach geil. Und ihr werdet sehen, in nächster Zeit wird es immer und immer mehr. Und deswegen jetzt auch immer die zwei Videos am Sonntag, weil dann seht ihr, was da alles möglich ist, in kürzester Zeit ein Geld zu verdienen, an Aktionen zu schalten, an Waren rauszubringen, an Bewertungen zu fahren. Und jetzt geht es halt richtig los, richtig los, Freunde. Ich will euch motivieren, gebt auch Gas, seht nicht immer alles als Sprint. Das ist halt einfach ein fetter Marathon, wie oft ich schlaflos gelegen bin. Nicht auch wegen der Challenge, sondern weil ich halt alles andere auch noch habe. Ich habe noch in der Firma, da ist gerade eine Abmahnung am Start. Ich habe gerade eine Finanzprüfung, das alles habe ich noch. Und trotzdem ist es mir scheißegal, weil ich bin einfach so, wie ich bin. Und ich bin motiviert fürs Leben. Wir alle leben genau ein einziges Mal auf dieser Welt. Und weil mich immer Leute fragen, ja, warum bist du immer so gut drauf? Ja, was bringt es dir denn, wenn ich schlecht drauf bin? Was ist, wenn ich morgen am Autounfall sterbe, dann bin ich am Tag davor noch schlecht drauf gewesen? Das hat doch überhaupt keinen Sinn. Natürlich sagt es wieder eine, so kannst du nicht rechnen. Ja, aber was ist, wenn es passiert? Sei doch einfach glücklich. Wir haben alles, wir haben es so gut, wirklich. Denk jedes Mal, wenn du schlecht drauf bist, an mich und denk daran, was ich dir gesagt habe. Sei glücklich. Du bist hier auf der Welt, das ist schon mal wirklich ein hundertfacher Lottosechser. Du bist in Österreich oder Deutschland, die meisten zumindest hier, was nochmal ein Lottosechser ist. Du hast schon so oft im Lotto gewonnen und beschwerst dich trotzdem noch. Also nicht jeder, die meisten nicht. Aber wenn es dir mal schlecht geht, dann hör dir das einfach an. Und wir machen jetzt weiter, ich bin jetzt noch am Listen, ich werde noch Auktionen starten, ich werde wieder Waren kaufen und werde euch dann natürlich wieder alles mitdokumentieren. Am Sonntag um Elf Uhr kommt das nächste Video 100 zu Mio, wo es den zweiten Teil dann gibt, wo es dann wieder, ich hoffe, ich bekomme noch ein paar Sales rein, Waren und so weiter. Ich bin noch an sehr, sehr vielen Dingen dran. Jetzt, wie gesagt, zweimal in der Woche. Ich sage so oft, weil nicht, dass da wieder in den Kommentaren kommen, hey, warum ist dieses Video jetzt kürzer und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. In diesem Sinne, liked gerne, abonniert und kommentiert, Freunde, auch wenn ihr wieder zum Thema unser R&H-Haus sehen wollt, kommentiert da gerne. Und ansonsten wünsche ich euch alles Liebe. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Euer René. Ciao, ciao.